So, hallo und herzlich willkommen zu Rüsch. Ja, ich versuche jetzt hier gerade mal was Neues. Ich will die Musik später einfügen. Hab die jetzt so ein bisschen einfach so für mich persönlich jetzt so im Hintergrund per Kopfhörer letztlich. Ein Kopfhörer über den anderen Kopfhörer getan. Weil man mich in den letzten Folgen gar nicht gehört hat. Also besonders in den letzten beiden Folgen habe ich es jetzt gehört halt. Ich war so krass leise, also da musste man sich schon richtig heftig anstrengen, um mich zu hören. Genau, für alle die, also da, falls es irgendjemand mitbekommen hat. Hier, hier habe ich das Problem hier, dass es jetzt leckt. Aha. Nein, nein, das jetzt hier so. Ich wollte es eigentlich so haben, dass es versperrt wird. Aber das geht ja nicht. Das ist ja jetzt blöd, ne. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal so. Weil, kommt man da? Ja, dann kommt man. Aha. Warte mal, kann er da rausspringen? Okay, das würde heißen, er kann höher springen als ca. 110. Okay, also, ähm, was macht man denn jetzt hier so? Ja, wir haben unten ja das Lager letztes Mal angefangen. Ähm, über was habe ich gesprochen? Zum einen den Uploadplan. Ich arbeite gerade, habe an einem Uploadplan gearbeitet. Der wird dann wahrscheinlich erst ab nächster Woche eingehalten, weil dafür wäre es jetzt schon zu spät. Also, heute, ähm, denn, wenn dann hätte der, ja, gestern wäre ganz normal gewesen, Minecraft, es gibt einen Minecraft Montag und einen Minecraft Mittwoch. So viel verrate ich schon mal, mehr sage ich dazu noch nicht, ähm, denn der Rest wird noch alles kommen. Das werden wir alles noch sehen, wie es da dann nämlich weitergeht und, ja, wo haben wir denn die Holzkiste hier? Ähm, das ist das gleiche hier. Dann können wir das hier auch mal so und hier mal so ein Schild. Ähm, so. So machen wir das. Ähm, was haben wir denn hier? Hier haben wir Sand. Ja, mei. Wir haben ja noch ganz viele Bricks. Bricks. Wollen wir denn die Lehmkiste hier? So, ähm. Wir hoffen, ich kriege es bis zum nächsten Mal hin. Kohle kommt hier hin, da kommt Gold hin, da hat Diamant und da hat Schütteln. Okay, ähm, gehen wir doch erst mal wieder hoch. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt erst mal so machen soll. Ähm, ja. Ich sollte mal was essen. Ich würde ja mal so vorschlagen, dass wir am Weg weiterarbeiten. Ja, machen wir das doch mal. Ja, okay, ist jetzt irgendwie blöd, wenn ich jetzt anfange mit zu zoomen, während dann vielleicht sogar ein ganz anderes. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade bei euch. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, aber das... Ja, aber ich möchte das erst mal, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, mit so'n Gefahr bei mir gerade. Oder, äh, was ich auch machen könnte, ist, dass ich dann mein Ton über, also, was ich laber hier, über Outer City aufnehme und, also wirklich immer über Outer City aufnehme und dann den Rest halt über, hier, Fraps. Und jetzt, ja, mal schauen, ne. Äh, das ist auch nicht gerade sehr toll, denn, äh, das, ich hab so'n Koffer, auf dem man in, ins Ohr tut, jetzt gerade, unter dem, dem man aufs Ohr tut, also über mein Headset drüber. Das ist irgendwie bescheuert, was so gerade nicht so dolle ist, sondern nicht das Perfekte, wie man's machen sollte. Geh jetzt hier einfach mal random durch die Gegend. Wow. Da startet irgendwer in Laster. Interesting. Noch einen kurzen Ticken Zeit haben wir, um uns hier nochmal kurz umzusehen. Wo ist das zu Ende sein? Ja, da ist coole, ich hab's gehofft. Ja, da ist coole. Ah, da ist wieder eine Kone. Schöne, schöne Kone. So, ähm, hier das erstmal weg. Okay, das haben wir alles, dann können wir jetzt auch wieder ganz zufrieden eingehen. Ne, jetzt haben wir nämlich wieder mal was gefunden. Und, ähm, ja, seit wann hab ich schon angefangen? Hear my letter of surname. Das war ein scheiß Akzent. Und, ähm, das hat gar nichts mehr hört von mir. Das ist halt scheiße, halt. Und, ähm, ich bin grad dabei, ähm, ich, ich hab ja schon mal gesagt, sie kann ich jetzt auch mal kurz verlinken hier. Und, wenn ich's nicht gleich vergesse, ähm, dann werde ich die uns verlinken. Und, das ist nämlich, ähm, der Clan, in dem ich bin. Erst, wir treten in, ähm, meist, äh, meistens in, ähm, PS3-Spielen, aber natürlich auch auf PC. Und, ähm, ja, ist halt eben ein Clan von einem Kumpel von mir und deswegen bin ich da drin. Und, ja, ich werde da, wenn, also, wenn's klappt, dann hab ich nämlich da schon eine Idee, was ich da mal so machen werde. Ähm, und, ja, vielleicht sehen wir uns dann auch mal auf dem Kanal, ne? Also, mal vorbeischauen. Und, ist auf jeden Fall richtig geil. Das meiste, was bis jetzt da ist, ist nämlich, ähm, Battlefield MB3. Ui, bei mir läuft jetzt der, äh, Minecraft Fanmade Trailer. Volume 2, ja. Also, wer nicht den, ähm, Fanmade Trailer von Minecraft kennt, der sollte sich verschämen. Ja, denn der hat's in sich. Der ist richtig geil. Wer das nicht weiß, ein Notch hatte den auch mal auf der Minecraft-Seite. Ähm, ja. Was machen wir denn jetzt erstmal weiter? Ich weiß nicht, wo ich dran weiterarbeiten soll. Das kommt erst noch. Da will ich noch gar nicht so viel weiterbauen. Und hier, ähm, ja. Ja. Ähm, ist halt blöd. Äh, wo hab ich, äh, stimmt, ich hab hier noch drei Kisten, die ich noch nicht gemacht hab. Ich hab hier drei Kisten, die ich noch nicht gemacht hab. Ich schau. Eins. So. Eins. Richtig, ja. Richtig sein. So. Ach so, ja, und ich hab auch nur, ähm, mein Spiel namens Airbus. Da geht es nämlich um ein Spiel. Welches in einer Schule? Ja, ich persönlich habe mich selber erst mal gedacht. Okay, was ist das denn für eine Scheiße? War ich halt nicht wirklich überzeugt davon, was, also, wie das halt draufsteht. Wir haben das nun mal als schöne Türe und dann muss man das lösen. Ähm. Naja, auf jeden Fall, äh, wenn man es liest, ist man echt positiv überrascht von dem Buch. Weil ich persönlich zum Anfang gar nicht, ähm, das so gut eingeschätzt hätte. Und, ja, also mein, also, ne Leseempfehlung ist es von mir für euch, ähm, und... Ich hoffe mal, das war noch nicht zu lange, wo man mich nicht gehört hat, denn ansonsten habt ihr nämlich den ganzen Panem-Hype von mir überrascht. Naja, aber soweit ich weiß, Psychic Academy Deaths habt ihr mitgekommen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, dann hat, dann hat, dann war das da noch nicht so fail. Naja, mal schauen, ne. Ähm, ich würde jetzt fast schon sagen, äh, ciao. Denn wir haben jetzt schon 10 Minuten ungefähr aufgenommen und, äh, ja, fast schon 11. Ähm, ja. Ja, ich will noch ein bisschen rumprobieren, ähm, ob das jetzt dann so klappt oder nicht. Und das tut so langsam echt weh in dem Amor. Das ist ja richtig krass. Naja, mal sehen, ähm, vielleicht könnt ihr auch schon erraten, was hier hinkommen wird. Und ich glaube, ich muss das hier mal ein bisschen besser machen mit ein bisschen Sand hier und das hier eben schnell nochmal. Und, ähm, dann sind wir fast auch schon wieder fertig. Naja, dann sind wir auch schon wieder fertig für heute. Warum wechseln du jetzt so? Hättest du hier wieder irgendwas erstellen zu müssen? Oder er hat gerade eine neue Datei hier vongemacht. Ja, das ist es. Naja, ich sag jetzt auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ähm, nein. Hoffen wir mal, dass es klappt mit der Mucke. Und ich bedanke mich. Danke fürs Zusehen. Stellen wir uns noch kurz in eine Ecke hier. Und es leckt und leckt und leckt jetzt auf einmal wieder. Naja, gut, dass wir jetzt aufhören. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.